Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu libgdx und ja, wir wollen heute anfangen, wenn wir hier das Ganze so aufschreiben und wirklich hier in unserer Render-Funktion jedes Mal jeden einzelnen Button abfragen würden, dann wäre das irgendwann so ein Mega-Code und deswegen lagert man das Ganze gerne aus, denn in die Render kommt teilweise auch noch anderes Zeug rein, wie zum Beispiel eben dieses Badge und Sprite-Drawing, das ist alles hier in der Render drin, das macht auch irgendwie Sinn, ich meine Render bedeutet ja sowas wie zeige mir irgendwas an, aber hier nach den Inputs zu fragen ist irgendwie so ein bisschen mieser Stil, würde ich mal so behaupten und deswegen versuchen wir jetzt heute so ein bisschen Ordnung reinzubringen in unser Projekt, für die Leute die neu einschalten, schaut euch am besten die anderen Videos an, wir haben hier mit einem Skelettkrieger gearbeitet, den haben wir ein bisschen animiert und ja, wir wollen heute jetzt eben das Ganze ein bisschen aufräumen. Okay, was wir als erstes machen ist, wir implementieren ein neues Interface und zwar den Input Processor, Input Processor, genau hier, so und jetzt kriegen wir hier schon direkt den Fehler, dass wir irgendwelche Sachen überschreiben müssen und da bekommen wir Key Down, Key Up, Key Typed, Touch Down, das hat nichts mit Football zu tun, Touch Up, Touch Dragged, Okay, die Namen von den Methoden sind sehr sehr eingänglich, würde ich mal so behaupten und ja, was diese Return True oder False bedeuten ist einfach, wenn ihr euch nicht drum kümmert, dann muss sich irgendein Händler noch drum kümmern, zum Beispiel einfach nichts zu tun oder sowas. Normalerweise gibt man True zurück, wenn man sich drum gekümmert hat und nicht mehr möchte, dass sich irgendeine andere Klasse drum kümmert und False, wenn sich noch jemand drum kümmern soll, falls es irgendwie nötig ist. Okay, so, in der Key Down Methode können wir das Ganze jetzt ein bisschen anpassen, die Key Down Methode ist im Prinzip das hier, das heißt, wir kopieren einfach diesen Kram hier, also wenn wir nach links drücken auf den Pfeiltasten, wenn wir nach rechts drücken auf den Pfeiltasten, was dann passieren soll, das drücken wir hier in diese Key Down Methode, rein und am Ende geben wir True zurück, denn die haben wir ja komplett behandelt, also Return True, so, okay, das ist schon mal der erste Teil, der zweite, übrigens, achso, das seht ihr gar nicht, hier unten stehen die Tasks, also wenn ihr hier in To-Do rein schreibt, dann findet ihr das immer, ich mach's mal kurz größer, hier unten in den To-Dos drin, was ihr noch nicht gemacht habt, falls ihr mal irgendwie in die Zweifel, in Zweifel kommt oder sowas. Okay, bei Key Up, das wäre dann genau das, was passiert, wenn ein Key wieder losgelassen wird, ja, ist nicht wirklich spannend hier, aber normalerweise ist das hier jetzt auch ein bisschen zu umständlich, wir sehen nämlich hier in der Key Up Methode, sehen wir den Key Code drin und den haben wir hier oben bei Key Down auch, und hier können wir jetzt ganz einfach nach dem Key Code pollen, ups, hier oben ist noch ein Slash, das sollte da nicht sein, wir müssen hier nicht mehr gehen, ob irgendein Key gepresst wurde, also ob ein Key die ganze Zeit unten ist, sondern wir können ganz einfach sagen, wenn wir ein Key Code haben, also if Key Code, der Key Code ist der Key Code für den, ja, für die Taste, die wir gerade gedrückt haben, wenn dieser Key Code hier in meinen Keys Punkt, und dann sehen wir, ups, dann sehen wir hier, dass wir alle wieder zur Verfügung haben, also die ganzen Buttons und so weiter und so fort, da können wir dann einfach uns den Button aussuchen, den wir brauchen, in, ups, in unserem Fall war das Left, also nach links drücken, glaube ich, in dem Fall, ja, hier unten ist Right, genau, wenn wir nach links gedrückt haben, also wenn der Key Code hier links ist, dann wollen wir, dass das hier passiert, wir wollen unseren Sprite nach links versetzen, und zwar um minus 5 pro Frame, und, ähm, falls wir nach rechts gedrückt haben, dann sagen wir, Key Code gleich Keys Punkt Right, so, und dann haben wir hier tatsächlich, ähm, den Flip drin, und wir translatieren das Ganze um 5 nach rechts, und dann sind wir hier fertig, das wäre sozusagen die angepasste Methode, wo man auch mit dem Key Code arbeitet, das Tolle ist jetzt, dass wir hier nicht mehr mit diesem, wenn der Key gedrückt ist, dann macht das und das machen müssen, sondern einfach, wenn man hier drauf drückt, dann passiert eben das, okay, was wir allerdings dringend brauchen, bevor wir hier irgendwas, also wenn ihr es jetzt mal ausführt, dann merkt ihr, dass einfach gar nichts passiert, wir haben noch keinen Input Processor gesetzt, das hier ist derselbe Input Processor, ihr könnt das Ganze auch in eine andere Klasse auslagern, indem ihr einfach in diese andere Klasse den Input Processor setzt, aber, wenn wir diesen Input Processor setzen, dann müssen wir hier einfach noch das Ganze hinschreiben, das machen wir jetzt, ups, nicht hier unten in die Create Methode am besten, zum Beispiel hier rein, dann sagen wir, gdx.input.setInputProcessor, und hier können wir jetzt den Input Processor machen, also zum Beispiel, ihr erstellt einen neuen oder sowas, aber in dem Fall ist es ja dieselbe Klasse, damit wir auch alles schön in einer Datei haben, was eigentlich furchtbar schlechter Stil ist, ich weiß, aber sonst muss ich die ganze Zeit hin und her switchen, das ist für euch ein bisschen doof, okay, das heißt, wir setzen diesen Input Processor hier in diese Datei und sagen, jetzt kannst du bitte mal hier abfragen, ob das Ganze funktioniert, so, jetzt haben wir nur noch ein Problem, wenn wir das Ganze jetzt mal ausführen und uns angucken, dann sieht das so aus, ich drücke jetzt einmal kurz auf die Taste nach rechts, so, wir haben einmal kurz das Frame gesehen, wo sich unser Skelett rechts gedreht hat und hat sich auch nur einmal gedreht, egal wie lange ich auf der Taste bleibe, er dreht sich nur einmal, das heißt, ich muss für jeden Schritt einmal drücken, das ist nicht das, was wir wollen, jetzt kommt noch ein bisschen mehr ins Spiel, jetzt wollen wir das Ganze nämlich anpassen, so, was machen wir also, diese Translation, die funktioniert ja offensichtlich nicht, hier das auch nicht, also nur einmal, das ist nicht gerade so, wie wir es brauchen, was wir jetzt machen, ist, wir sagen, okay, wir definieren uns hier jetzt ein Integer, oder besser gesagt ein Float, wir hatten das Ganze als Float gespeichert, wie weit unsere Figur sich immer bewegen soll, also, wie schnell unsere Figur sich standardmäßig bewegt, also, sowas wie Movement gleich standardmäßig 0, aber ansonsten eben mehr, wenn wir irgendwas drücken, gut, so, und jetzt diese Movement, dieser Movement Float hier, den benutzen wir, um zu translatieren, ich kopiere das hier jetzt mal raus und packe das in die Render-Methode wieder rein, also da, wo sich wieder alles die ganze Zeit wiederholt, in der Game Loop sozusagen, und hier sage ich jetzt, ich möchte meinen Sprite, um eben genau dieses Movement, was wir uns gerade definiert haben, möchte ich ihn jetzt immer versetzen, also, jedes einzelne Frame, egal, ob der User irgendwas drückt oder nicht, wir setzen ihn immer um dieses Movement nach rechts, aber da dieses Movement ja 0 ist, macht es ja keinen Unterschied, deswegen ist es ja kein Problem, okay, okay, deswegen sagen wir jetzt hier Translate X und dann packen wir hier unser Movement rein, so, und das Einzige, was wir jetzt hier noch machen müssen, ist, wir packen unser Movement, also, wir sagen, okay, unser Movement hat sich jetzt verändert, Key Down bedeutet bloß, der Key wurde gerade runtergedrückt, nicht, er wird unten gehalten, er wurde gerade runtergedrückt, unten halten wäre, ist Key Down, das, was wir letztes Mal gemacht hatten, so, und jetzt sagen wir, okay, unser Movement wird jetzt hier einfach angepasst, wenn der User nach links drückt, dann sagen wir hier, Movement ist gleich minus 5 als Float, und hier sagen wir eben, unser Movement ist 5 Float, plus 5, und hier könnt ihr dann auch noch reinschreiben, falls jemand Shift drückt, dann ist es halt Rennen, das heißt, ihr kriegt hier 10 Float oder sowas rein, das bleibt dann natürlich euch überlassen, Okay, und bei Key Up machen wir im Prinzip genau dasselbe, wir sagen, okay, wenn der User den Key wieder loslässt, dann möchte er sich nicht mehr bewegen, dann schalten wir die Bewegung wieder aus, allerdings, weiß ich nicht, ob ihr das so machen wollt, wir können hier natürlich noch abfragen, hat der User jetzt gerade minus 5 Movement, also, if, habe ich schon, Movement gleich minus 5 Float, wenn das der Fall ist, dann sagen wir, okay, unser Movement ist dann wieder 0, aber ansonsten hat er ja zuerst links gedrückt und dann rechts gedrückt, aber hat links einfach unten gehalten, den Fall muss man auch betrachten, also zum Beispiel, dass wir hier sagen, der User drückt erst links runter, dann drückt er rechts runter, in der Zeit bewegt sich unser Sprite nach rechts, und danach lässt er links los, naja, aber dann soll ja unser Movement nach rechts trotzdem weitergehen, deswegen prüfen wir hier noch kurz, ist das Movement auch wirklich nach links, und falls er dann links loslässt, dann sagen wir eben bloß, okay, ist okay, dann lassen wir wieder los, so, den Flip brauchen wir hier gerade nicht drin, und hier machen wir genau dasselbe, Movement gleich gleich 5 Float, dann setzen wir das Movement wieder auf 0, so, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, eigentlich dachte ich, wir kommen heute sogar noch ein bisschen weiter, aber scheinbar hat es nicht ganz gereicht, okay, wenn wir jetzt hier drücken, dann bewegt sich unser Dings wieder, aber wir haben diese Sprite Animation nicht mehr, darum kümmern wir uns jetzt noch, aber es funktioniert immerhin wieder, dass wir uns bewegen, wenn ich loslasse, dann hören wir auf uns zu bewegen, also ich drücke, ich lasse los, ich drücke, ich lasse los, okay, super, so soll das natürlich auch sein, und genau, jetzt zu unserem Flip, unser Flip ist jetzt nur hier drin, aber nur, wenn wir einmal drauf drücken, dann wird es geflippt, das ist doof, aber wir hatten davor schon den Bug, dass es sich immer wieder zurückflippt, wenn wir rechts loslassen, obwohl unser Skelett dann eigentlich immer noch nach rechts gucken sollte, das ist ja dann ein bisschen doof, das heißt, wir nehmen einfach dieses Flip hier, wenn er nicht gex-flippt ist, und unser Movement, ich bin jetzt übrigens wieder in der Render-Methode, falls unser Movement dann auch noch größer als 0 ist, dann flippen wir, und der andere Fall, if unser Sprite geflippt ist, also wenn er geflippt ist, und unser Movement nach links ist, dann wollen wir ihn natürlich wieder zurückflippen, also unser Movement kleiner als 0 ist, dann sagen wir wieder, wir flippen, jetzt aufgepasst, ich habe hier mit Absicht größer 0 und kleiner 0 genommen, diese beiden mit Absicht, und nicht größer gleich, und nicht kleiner gleich, damit er eben nicht wieder zurückgeflippt wird, das heißt, wenn ich das jetzt ausführe hier, dann sehen wir, okay, wenn ich jetzt nach rechts drücke, und loslasse, dann flippt er sich trotzdem wieder zurück, ja gut, das sollte natürlich eigentlich nicht so sein, aber ich habe keine Ahnung, woran es liegt, falls es jemand weiß, dann kann er es mir gerne schreiben, gut, jetzt wollen wir noch eigentlich ganz kurz auf Maus eingehen, aber ich glaube, das machen wir nächstes Video, hier in diesen Touchdingern, könnt ihr für euer Android, dann eben diese Touch-Evente behandeln, also je nachdem, ob eben Touch Up, Touch Down wäre eben, dass man mit dem Finger auf den Screen drückt, das wäre dann die Koordinate X, das wäre die Koordinate Y, ja, ich denke, das mache ich mal in einem anderen separaten Video, jetzt wollen wir uns erstmal um die Desktop-Version hier kümmern, gut, dann war es das erstmal für dieses Video, und wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!